Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine gelesenen Bücher aus dem Januar an. Insgesamt habe ich 17 Bücher gelesen, was ja definitiv mehr war, als bei mir eingezogen ist. Und ich habe 5050 Seiten gelesen. Ich hatte im Januar auch zwei Wochen Urlaub, war davon ja auch knapp 10, 11 Tage unterwegs und lag am Strand und habe da wirklich wunderbar ein paar Bücher weggelesen, sagen wir es mal so. Ich komme auf eine durchschnittliche Seitenzahl von 163 pro Tag, das finde ich auch ganz fein. Man merkt natürlich schon, dass der Urlaub mit drin war und da einfach auch manchmal einfach ein Buch so an einem Tag gelesen wurde. Ich habe fünf haptische Bücher gelesen, sieben E-Books und fünf Hörbücher. Das heißt, der Vorsatz so 5050 ist hier mehr als eingehalten worden. Und tatsächlich waren die vier, also vier der fünf haptischen Bücher, tatsächlich die, die ich dann auch im Urlaub mit dabei hatte. Ich habe zwei abgebrochene Bücher und zwei, vier, sieben Highlights. Finde ich richtig, richtig gut. Ich checke ja jetzt auch so ein bisschen die Hörzeit mit und bin da am Jahresende sehr, sehr gespannt, was da bei den Hörbüchern ein bisschen zusammenkommt. Ja, 17 Bücher. Ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit den einzelnen Büchern. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. Sollte euch da einfach irgendwas zu dem Buch interessieren, guckt da super gerne mal vorbei. Das Jahr begann mit einem Reread von Hermann Hesses Sedata. Ein Buch, das ich bestimmt schon vier, fünf, wenn nicht gar jetzt zum sechsten Mal gelesen habe. Ein Highlight-Buch, das ich immer wieder faszinierend finde, immer wieder spannend finde, immer wieder andere Seiten entdecke. Hermann Hesse hat ja hier eine indische Dichtung verfasst und die Geschichte von Sedata erzählt. Einem jungen Mann, der die Erleuchtung finden möchte, sich auf dem Weg begibt, ja, als Mönch lebt, dann aber auch verschiedene Wendungen in seinem Leben hat und, ja, uns dann eben zeigt, ja, wie Erleuchtung aussehen könnte, wie wir annehmen, dass es ist und wie es dann vielleicht wirklich sein wird. Hermann Hesse hat hier wirklich einen Meilenstein für mich vor, ja, über 20 Jahren geschrieben. Ich habe das Buch zum ersten Mal mit 15 oder 16 gelesen, also auf jeden Fall vor dem Schulabschluss. Ich glaube sogar in der Schule und dieses Buch hat mir den Weg eröffnet Richtung Buddhismus, Meditation und, ja, der Erleuchtung. Das klingt so ein bisschen komisch und ich fand das damals super spannend, sodass ich weitere Bücher in diese Richtung gelesen habe und ja auch meinen Zugang, wenn es um Religionen geht, wobei ich beim Buddhismus ja immer sage, es ist für mich eher eine Philosophie als eine Religion, hat er hier definitiv eröffnet. Und ich habe das Buch, ich glaube, wirklich immer so alle 5, 6 Jahre mal wieder gelesen und entdecke immer wieder kleine feine Nuancen, die mich sehr begeistern und so auch diesmal. Es ist für mich ein Highlight, es bleibt ein Highlight, es hat mich sehr überzeugt, es ist ein kleines, kurzes Werk, was aber sprachlich wirklich schon herausfordernd ist, eben durch diese besondere Form des Erzählens, durch die doch zum Teil sehr langen und verschachtelten Sätze, wo man vielleicht doch manchmal zweimal hinschauen muss und möchte, um es einfach aufzunehmen, um es greifen zu können, aber ich finde das immer wieder toll. Ich mag diese kleine Herausforderungen, weil ich ja das Buch auch einfach schon kenne und ich mag es, so Bücher, die man als junger Mensch gelesen hat, nochmal zu lesen und ja, manchmal man das Buch dann wieder mit den Augen sieht, wie man eben es zum ersten Mal gelesen hat. Versteht ihr hoffentlich, wie ich das meine? Und das habe ich bei diesem Buch sehr, sehr häufig. Es gibt so eine Handvoll Bücher, bei denen ich noch genau weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich es vor 10, 20, 25 Jahren gelesen habe und so ist das bei Hermann Hesse Sedata auf jeden Fall auch. Dann ein Buchtipp von Thorsten in unserem letzten Kingsiana Hangout war Warten auf Bojangles von Olivier Bordeaux. Ich hoffe, wir sprechen ihn so aus. Er war ein recht kurzes Guthaben, was gerade noch bei BookBeat für mich gepasst hat. Ich hatte ja mal wieder einen Probemonat, der ist mir so kurz vor Weihnachten oder so Anfang Dezember angeboten worden und ich hatte noch ein paar Stunden. Ich glaube, das waren jetzt ein bisschen keine vier Stunden. Ich glaube, es waren noch so dreieinhalb und das hat noch gut in mein Kontingent gepasst und es wird gesprochen von August Zirner und Robert Stadelober. Das ist ja ein Schauspieler, der durchaus auch bekannt ist. Ich fand beide Sprecher auf jeden Fall sehr gut. Sie haben die Charaktere sehr gut auch herausgearbeitet und gesprochen. Ich finde, dass das durchaus auch ein bisschen Lob bedarf, wenn es denn Lob gibt. Wir haben hier einen namenlosen Erzähler, der so mit den verrückten Eigenarten seiner Eltern aufwächst und uns eben auch von diesen erzählt. Sein Vater liebt seine Mutter wirklich sehr und das betont er auch immer wieder, wie schön er das findet mit anzusehen und es ist auch ganz lustig, dass er sie nie länger als zwei, drei Tage mit dem gleichen Namen anspricht. Es gibt auch jeden Tag Cocktails und Feste und Feiern und in den Ferien baut man eben auch mal einen Wolkenschluss und fährt nach Spanien und spinnt da im Grunde so ein bisschen ein sehr besonderes Leben. Die Mutter ist sehr extravagant unterwegs und sie erzählt auch sehr fantasievolle Geschichten, die uns eben auch unser Erzähler wiedergibt und eben auch seine Verbindung zu seinen Eltern beschreibt. Allerdings setzt sie dann irgendwann die Wohnung in Brand und es gibt auch eine sehr unerfreuliche Diagnose von Ärzten, die eben ihr dann auch zu einer Therapie raten und merken aber doch recht alle schnell in der Familie, dass eben, wenn sich die Mutter verändern würde, dass das das ganze Leben von allen, von der Familie verändern und vielleicht sogar zerstören würde. Es ist eine sehr liebevoll erzählte Geschichte mit verrückten und auch traurigen Erlebnissen. Es ist sprachlich sehr leicht und es war mir an mancher Stelle aber zu banal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es langweilig war. Es war so tatsächlich okay. Also ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, gerade wie Thorsten davon geschwärmt hat. Ich fand es okay. Als Hörbuch war es durchaus, weil es eben auch erzählt wurde. War es wirklich auch angenehm, dem zu folgen. Ich mochte die liebenswerten Weisheiten sehr gerne, die auch einen so ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben und eben auch einen so ein bisschen mitfühlen haben lassen. Das fand ich richtig schön, wie emotional das erzählt wurde. Besonders auch diese Leichtigkeit der Eltern, das fand ich sehr schön gezeigt. Es war sehr locker und durch diese Verrücktheiten, wo man manchmal selbst merkt, wie festgefahren man vielleicht in manchen Dingen oder Gedanken oder Einstellungen in seinem Leben ist. Die erste Hälfte war ein wenig banal. Da habe ich mir schon gedacht, ja, in welche Richtung geht das jetzt? Weil auch der Weg nicht so klar war. Es war dann aber zu einem gewissen Punkt, was eben passiert, sehr emotional und mich hat das Ende dann doch berühren können. Das war mir aber dann fast zu viel. Also was am Anfang an Gefühlen gefehlt hat, war am Ende zu viel. Und es war mir manchmal auch zu sehr schwarz-weiß. Denn entweder war man irgendwie ein Spießer, dann hatte man auch ein erbärmliches Leben und irgendwie war alles langweilig und öde. Oder man war eben so ein bisschen, ich sage jetzt mal überspitzt geisteskrank und dann hat man eine coole Zeit. Und das war mir an mancher Stelle zu ohne Graumaußen. Denn das eine schließt am Ende das andere nicht unbedingt auf. Ich fand auch das Krankenbild, was da gezeigt wurde von der Mutter, nicht ganz so einfach dargestellt, beziehungsweise wurde es sich zu einfach gemacht. Was ich aber wirklich gut fand, war der Perspektivwechsel der beiden. Nicht nur sprachlich und stimmlich in dem Hörbuch, sondern auch wie die im Grunde uns diese Geschichte erzählt haben. Man hat da einen Unterschied gemerkt, wer uns was erzählte. Und das mag ich in Büchern ja richtig, richtig gerne. Und so fand ich eben die Sprecher auch sehr gut. Ja, alles in allem eher ein Okay-Buch. Und man kann es gehört oder gelesen haben, aber es war für mich definitiv kein Highlight und auch kein Must-Read. Dann habe ich mich auf den Weg in den Urlaub begeben und habe Der letzte Bär von Hannah Gold gehört im Flieger. Und dieses Buch ist für mich wirklich zum Highlight geworden. Die Sprecherin war Lisa Hagmeister und die hat die sehr junge Stimme von April wirklich auch sehr gut eingefangen. Und zudem gefällt mir auch das Cover richtig, richtig gut. Also das, finde ich, fängt diese ganze Atmosphäre dieses Kinder-Jugendbuches oder sehr jungen Jugendlichen wirklich sehr gut ein. Wir sind hier auf der Bäreninsel und es soll da eigentlich gar keine Eisbären mehr geben. Das sagt zumindest der Vater von April, der hier bei wissenschaftlichen Forschungen dabei ist, die circa ein halbes Jahr dauern werden und durchgeführt werden müssen. Und er erklärt uns auch durchaus, was er hier tut, beziehungsweise erklärt er es natürlich April. Und das ist durchaus recht spannend. An langen Sommerabenden, die dann eben im Sommer gerade Richtung Norden dann auch wirklich lange hell sind, entdeckt April eines Tages einen einsamen Bären, der sich verheddert hat, der in Lebensgefahr droht und sie hilft ihm. Und sie bekommt eine ganz besondere Verbindung zu diesem Eisbären, der eben scheinbar der letzte seiner Art hier auf dieser Insel ist. Und ja, so kann sie ihn retten und auch durch die Verbindung bekommt sie einen guten Bezug so zum Leben auf der Insel, zu den Problemen, die die Welt im Grunde hat, was eben auch den Klimawandel angeht. Und ja, das erzählt uns April mit einer sehr berührenden Geschichte. Dieses Buch ist für Kinder und ich finde, da hat es wirklich auch den Nerv getroffen. Ich finde, dass wir keinen erhobenen Zeigefinger haben, dass wir nicht von oben herab über die Probleme sprechen, sondern die Kinder wunderbar mit einfangen. Das Buch ist, glaube ich, ab neun und erzählt wirklich von der Dringlichkeit, die wir auf dieser Erde haben, dass wir die Umwelt und auch die Tiere schützen müssen. Und das schafft April mit ihrer sehr lockeren, charmanten Art wahnsinnig gut, uns eben auch diese Besonderheit zu sich und dem Eisbären mitzunehmen. Natürlich darf man das Eis nicht so ernst nehmen. Ich glaube, man sollte auch ein Kind durchaus sagen, dass es nicht ungefährlich ist, sich einem Eisbären zu nähern. Aber die Dringlichkeit, die hier gezeigt wird, wie wichtig es eben ist, was mit den Tieren passiert, wenn das alles auf dieser Welt so weitergeht, das hat dieses Buch für mich wirklich toll geschafft. Und ich finde auch, das wäre so ein Buch, das jeder gelesen haben sollte. Das finde ich definitiv. Sprachlich ist es natürlich, dadurch, dass es ein Kinderbuch ist, sehr einfach. Es ist sehr kindlich. Ich mochte auch diesen kindlichen Blick, den April auf die Welt hat, auf die Erwachsenen, auf die Probleme. Das fand ich richtig schön. Das hat mich aber auch als Erwachsene richtig gut einfangen können. Ich mochte auch die Verbindung, die sie zum Eisbären hatte, auch wenn die natürlich nicht realistisch ist. Aber es fühlte sich so normal und gleichzeitig besonders an. Und das hat Hanna Gold wirklich super rübergebracht. Hanna Gold? Ja. Machen wir mal nachgucken. Ja. Und ob ein Eisbären nun Kekse mag oder nicht, ob ihm das zu essen reicht oder nicht, sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber ja, es war durchaus sehr berührend, auch diese Vater-Tochter-Geschichte zu erzählen, auch den Verlust der Mutter. Und wie das eben also auf dieser Insel stattfindet und wie dann dieser Eisbär so in dieses Leben kommt, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also das muss ich sagen, das fand ich richtig, richtig, richtig toll. Angekommen im Urlaub habe ich dann Sommernachts-Küsse von Christina Albach erzählt. Hier haben wir 15 Kurzgeschichten von ganz unterschiedlichen Autorinnen. Und ja, meine Highlights, was haben wir hier? Ah ja, hier habe ich meine Geburtstagskarte vom Hotel sozusagen rein. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Da habe ich schon ganz vergessen, dass ich das ins Buch habe. Ich habe das tatsächlich schon gesucht. Ja, wir haben wunderbare Liebesgeschichten von Gabriela Engelmann, Danny Atkins, Michaela Krönig, Nicole Walter, Stefanie Budland, Lili Oliver, Adriana Popescu. Und für mich gab es auch drei Highlight-Geschichten von Gabriela Engelmann, von Danny Atkins und auch von Adriana Popescu. Ich bin, wie ihr wisst, vielleicht nicht der größte Kurzgeschichten-Fan, aber ich fand das hier wirklich schön, weil es Liebesgeschichten waren, die locker, leicht, manchmal auch sehr emotional und berührend waren, dass ich im Urlaub auch einfach so am Strand liegend eine Geschichte gelesen habe, dann ein bisschen aufs Meer geguckt habe, dann die nächste Geschichte gelesen habe. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich für meine zukünftigen Urlaube mitnehme, vielleicht doch so ein paar Kurzgeschichten-Romane einzupacken, weil ich das wahnsinnig entspannend und schön fand, diese Geschichten zu genießen. Und besonders die drei Geschichten waren jetzt natürlich von zwei Autorinnen, wo ich es schon fast vermute, von Adriana liebe ich die Geschichten, auch die Kurzgeschichten. Ich mag diese Lebendigkeit da drin und auch die Dialoge, die sich so echt anfühlen. Von Gabriela Engelmann wurden Bücher oder Charaktere aus anderen Büchern so ein bisschen mit weitergetrieben, hat mir auch sehr gut gefallen. Und überraschenderweise hat mich die Geschichte von Danny Atkins wirklich zu Tränen gerührt, weil es da eine Wendung gibt, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen und dann total fertig mit mir und der Welt war. Und das mitten am schönsten Strand sozusagen, an dem ich irgendje war. Und dann sitze ich da und heule rum. Wunder, wunderbar. Ich weiß es, Danny Atkins, ich habe von ihr ein, zwei, ich glaube so die ersten Bücher von ihr gelesen, sie ist mir manchmal einfach zu dramatisch, zu emotional. Und das hat man auch hier gemerkt, aber hier hat es so perfekt in der Geschichte gepasst. Es ist eine Sammlung an bunten Autorinnen, bunten Geschichten und ich finde, man kann schwierig so ein bisschen was zusammenfassen. Insgesamt war es wirklich eine wunderbare Sammlung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und wirklich drei Highlight-Geschichten hatte. Und vielleicht muss ich bei Danny Atkins doch mal nach dem ein oder weniger dramatischen Buch suchen, weil mir ihr Stil hier sehr gefallen hat. Also wenn ihr Tipps habt zu Danny Atkins, sehr, sehr gerne unten in die Infobox. Das nächste Buch war dann ein Buch, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und zwar Tintenherz von Cornelia Funke. Da war ja eine Freundin von mir total entrüstet, dass ich diese Reihe nicht kenne und nicht gelesen habe, wo ich doch so ein Fantasy-Fan wäre. Und ja, sie hatte natürlich absolut recht, wie konnte ich dieses Buch in meinem Leben noch nicht gelesen haben. Für mich war Tintenherz, der Auftakt der Reihe, wirklich ein absolutes Highlight. Alle Sterne, die ich habe, würde ich dieser Geschichte geben oder gebe ich ihr auch. Ich habe auch mittlerweile Band 2 und 3 bei mir einziehen lassen und möchte da auf jeden Fall auch noch weiterlesen. Und ich muss wirklich sagen, diese wunderbare Welt, wo eben das gesprochene Wort aus einem Buch zu etwas wird, was Wahres im Leben auftaucht, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wir haben hier auch ein wunderbares Vater-Tochter-Gespann mit Maggie und Vater Mo. Richtig. Und ja, der Vater hat eben so eine besondere Gabe und da sind auf einmal Charaktere aus Büchern aufgetaucht. Und die müssen eigentlich natürlich zurück in ihre Geschichte, aber so richtig Lust haben die da drauf nicht. Und so gehen wir so ein bisschen auf eine Reise, auf einen Roadtrip, auf ein Abenteuer, in die uns eigentlich eine Charaktere erzählen, die aus einer Geschichte rauskommen und uns so eigentlich in ihre Geschichte mitnehmen und diese Geschichte eben in unser Leben bringen. Und ich fand das großartig. Ich mochte die gespickten Weisheiten, die Bücherliebe, die man hier gespürt hat, die Geschichtenliebe. Ich mochte die Charaktere. Ich war wirklich gefesselt. Ich habe das Buch wirklich an zwei, ja vielleicht sogar, naja an zwei, Abend und Nachmittag auf jeden Fall gelesen. Ich habe das wirklich weggesuchtet. Ich habe mir auch ein paar, die mir einfach super gut gefallen haben. Sorry, jetzt kommt so ein bisschen die Sonne. Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen zurück. Manche Bücher müssen gekostet werden, manche verschlingt man und nur einige wenige kaut man und verdaut sie ganz. Sehr schön. Kann ich also nachvollziehen. Und dann ging es darum, was passiert, wenn man ein Buch auf Reisen nimmt an einen anderen Ort. Und weil wir hier im Grunde bei Maggie auch den Fall haben, dass sie Lieblingsbücher immer überall mitnimmt. Und dann erklärte ihr Vater, wenn du ein Buch auf eine Reise mitnimmst, dann geschieht etwas Seltsames. Das Buch wird anfangen, deine Erinnerungen zu sammeln. Du wirst es später nur aufschlagen müssen und schon wirst du wieder dort sein, wo du zuerst darin gelesen hast. Schon mit den ersten Wörtern wird alles zurückkommen. Die Bilder, die Gerüche, das Eis, das du beim Lesen gegessen hast. Glaub mir, Bücher sind wie Fliegenpapier. An nichtshaften Erinnerungen so gut wie an bedruckten Seiten. Und ich habe direkt wieder Gänsehaut, weil ich jetzt genau weiß, wie ich das gelesen habe, wie ich da am Strand lag und Mo einfach so recht hat. Ich rieche förmlich den Sandstrand und die Wellen und spüre die Sonne. Und das ist wirklich so. Das ist, da gebe ich ihm absolut recht. Und dann ging es hier um die Bücherkiste, die sehr schwer ist von Maggie. Und dann antwortet sie ihrem Vater, du sagst es doch selbst immer, Bücher müssen schwer sein, weil die ganze Welt in ihnen steckt. Ja, wunder, wunderschön, tolle Jugend-Fantasy, so eine Urban-Fantasy, wo wir eben einfach eigentlich so in unserer Welt sind, aber da eben was dazu kommt, uns eine märchenhafte Geschichte erzählt wird. Und ich bin so, so, so gespannt, wo diese Geschichte weiter hingeht, welche Rollen da im Grunde auch noch eine Rolle spielen werden, welche Charaktere dort eine Rolle spielen werden. Von mir wirklich fünf Sterne, großes Highlight und landet auf jeden Fall im Highlight-Regal auch gegenüber. Mir war nach Fantasy und ich habe ja im letzten Jahr schon festgestellt, dass Fantasy für mich definitiv das Genre ist, das immer wieder am besten funktioniert. Und so wurde Prinz der Dunkelheit gelesen von Mark Lawrence. War mal ein Buchtipp von der Booktuberin Larissas Library, über die ich irgendwie über das Rad der Zeit dann gestolpert bin. Und ich fand, dass diese Trilogie wahnsinnig gut klingt und sie war es auch. Auch hier ist der zweite Teil schon bei mir eingezogen, weil ich so fasziniert war von Jörg, der uns hier seine Geschichte erzählt, der eigentlich der Antagonist der Geschichte ist. Also er ist böse, er ist brutal, er will Rache, denn man hat etwas ganz Schlimmes mit seiner Mutter und seinen Brüdern gemacht. Sein Vater interessiert das alles nicht, das ist der König dieses Landes und so verschwindet er, als er 1314 ist, lässt sich oder bildet sich im Grunde selbst aus zu einem Kämpfer und sind nach Rache und wird dann eben der Prinz der Dornen, so wie diese Reihe eigentlich heißt. Und ich verstehe gar nicht, wie man von Dornen auf Dunkelheit kommt, vor allem, weil uns hier zwei, drei Mal genau erzählt wird, warum Jörg der Prinz der Dornen ist und nicht der Dunkelheit. Ich verstehe das manchmal nicht mit den deutschen Übersetzungen, aber sei es drum. Egal, ob Prinz der Dunkelheit oder Prinz der Dornen, es ist wirklich Dark Fantasy, es ist einfach großartig. Also wer Nevernight mochte, der wird hier seinen Spaß haben, wer wirklich so düstere Charaktere möchte, wer Rache mag, wer nichts gegen ein wenig Blut hat und Brutalität und wer wirklich eigentlich so ein bisschen den Bösewicht über die Schulter schauen möchte, der ist hier absolut richtig und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, es war mir an mancher Stelle vielleicht zu brutal, aber ich lag ja am Strand und wusste, ich bin in Sicherheit. Ich mochte den Badass-Charakter, ich mochte die Rache-Gedanken, die gut erklärt sind, ich mochte, dass wir eine Ich-Erzählung haben, so ganz nah an den Charakteren dran sind, ich mochte die Nebencharaktere, die toll gezeichnet sind, ich mochte die Welt, durch die wir gelaufen sind, weil sie wirklich bildhaft waren. Mark Lawrence hat das großartig erzählt und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es mit dem zweiten Teil weitergeht. Ich glaube, der zweite Teil ist jetzt König und dann kommt, glaube ich, Kaiser. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, in welcher Reihenfolge. Auf jeden Fall ist der zweite Band schon bei mir eingezogen und ich fand es großartig. Auch ein Buch, was ich ruckzuck weggelesen habe, weil es mich so fasziniert hat und ja, also ich auch von hier, ja, wirklich absolutes Highlight. Hat mich sehr gefreut, dass ich das dabei hatte. Und das letzte haptische Buch im Urlaub war dann das Tier meines Lebens von Ilka Piepgras. Das ist das Buch, das ich beim Booktube-Wichteln geschenkt bekommen habe. Und hier ist ein wunderbarer Hund vorne drauf, denn es geht eben auch um die Geschichte von Ilka Piepgras, von ihrer Familie, von ihrem Leben und als dann eben der erste Hund einzog. Was ihre Beweggründe waren, wie sie den Hund ausgewählt hat, was ihr wichtig war und wie ihr dann eigentlich der Hund, ja, auch so ein bisschen gezeigt hat, ja, wie sie so ist und was ihr wichtig ist und sie ein bisschen zum Umdenken bringt und ja, wie entspannt sie irgendwann wird. Und ich habe mich in Ilka Piepgras oft wieder gesehen, gerade dieses überall Nachlesen, Tipps und Tricks und wie an der Leine gehen, wie bringt man was bei, wie gehorsam und so weiter und dass das einfach alles manchmal auch total egal ist und es einfach schön ist, mit dem Hund durch den Wald zu gehen, den Hund Hund sein zu lassen und man selbst auch einfach Mensch zu sein. und ich habe mich sehr oft wiedererkannt, es hat mir wahnsinnig gut gefallen, das zu lesen. Ich mochte es sehr, wie sie uns in ihr Leben mitgenommen hat, wie sie uns ihre Gedanken erzählt hat, dass eben auch alles nicht immer nur Friede, Freude und Sonnenschein ist. Das fand ich richtig, richtig toll gezeichnet und richtig schön. Mir war es manchmal so ein bisschen zu viel Ilka Piepgras und zu wenig Ilka Piepgras und ihr Hund. Es hat manchmal für mich so Züge gehabt, die schon sehr therapeutisch waren. Aber es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß. Das war so ein bisschen der kleine Kritikpunkt vielleicht, dass es nicht ganz so zum Highlight gereicht hat, aber ich fand es richtig schön und es wird definitiv auch einen Platz in meinem Regal finden, weil es mich wahnsinnig gut unterhalten hat und weil eben so viel Wahres über Tier-Mensch-Hund-Mensch-Beziehungen hier drin steht, wo ich denke, ja genau so ist das und manchmal muss man das auch, glaube ich, einfach dann nachlesen. Und das mit der Sonne wird gefühlt nicht besser. Wenn ich jetzt aber zurückgehe, muss ich euch vielleicht einen Hauch einfach mitnehmen. Ja, dann sind die haptischen Bücher ausgegangen und ich stand vor dem großen, großen Problem. Ja, was lese ich denn jetzt nur? Denn ich hatte natürlich meinen E-Book-Reader dabei und auch zig Hörbücher natürlich auf dem Smartphone und stand dann wirklich vor dieser E-Book-Bibliothek und dachte, hm, das hast du dir irgendwie einfacher vorgestellt. Und dann habe ich zu City of Ghosts 3 gegriffen, der Bote aus der Dunkelheit von Victoria Schwab. Ich habe ja Band 1 und 2 sehr, sehr gefeiert. Ich bin ein großer Fan dieser Geschichte, wo wir, ja, Cassidy haben, die vor Kurzem fast gestorben wäre und ertrunken wäre, ein Geist, die aber dann gerettet hat und seitdem ist sie mit dem Geist in Verbindung und kann ihn hören und zu Teilen auch sehen. Und sie hat auf einmal auch einen Zugang durch den Schleier eben zum Totenreich. Und sie hat, ja, so ein bisschen Eltern, die auf dem paranormalen Trip auch unterwegs sind. Gerade ihre Mutter glaubt auch an Geister. Der Vater ist ein bisschen wissenschaftlicher unterwegs. Und wir begeben uns eben erst nach Schottland und dann nach Paris. Und im dritten Teil sind wir in New Orleans. Und das hat natürlich wahnsinnig gut gepasst. Wir haben eine alte Stadt, die sehr wichtig, auch einfach ist für die Geschichte, was so das Voodoo-Kult ein bisschen in den USA angeht. Und ich möchte gar nicht so viel spoilern, weil man erzählt natürlich schon viel, was so in den Vorbänden erzählt, dass es eine Aufgabe gibt, die Cassidy erfüllen muss. Sie nimmt uns eben auf diese Reise auch einfach so ein bisschen mit. Und ich mag den Stil von Victoria Schwab wahnsinnig gerne. Bei Victoria Schwab ist das ja so, dass sie eher das Jugendbuch mäßig geschreibt, während hier B.E. Schwab durchaus in der Erwachsenenliteratur unterwegs ist. Und ich mag beides wahnsinnig gerne. Ich freue mich schon, dass Garland jetzt übersetzt wird, ein Buch, was ich eigentlich schon mir in Englisch geholt habe. Jetzt aber freue ich, dass es in Deutsch kommt. Und auch der dritte Teil hat mich begeistert. Und ich war wirklich, also ich finde es einfach faszinierend. Natürlich ist es von der Länge auch gar kein so dickes Buch gewesen. Ich glaube knapp so 300 Seiten. Aber man liest das so weg. Man ist so in dieser Welt. Wir waren in New Orleans. Wir haben eine Aufgabe. Wir erleben Dinge. Und das war richtig, richtig toll. Also wirklich bisher eine Reihe, die ich wirklich sehr, sehr feiere. Ich fand jetzt nicht, dass der dritte Teil so abschließend gewirkt hat. Ich glaube schon, dass sich Victoria Schwab ein anderes Ende einfallen lassen würde, was so die Reihe beendet. Deswegen denke ich schon, es könnte nochmal zu einem vierten Band kommen. Aber man kann im Grunde schon die Geschichten ein bisschen unabhängig voneinander lesen. Aber der Aufbau so der Freundschaften und Ähnlichem, das macht natürlich Sinn, das auch in der richtigen Reihe zu machen. Dann kommen wir zu Schreiben ist Gold von Anna, Hannah Buiting. Ein Buch, das ich als Rezensionsexemplar bekommen habe. Das ist übrigens auch immer unten in der Infobox alles so gekennzeichnet. Ich fand es super spannend, weil ich mir gerne so ein paar Schreibimpulse holen würde, wollte in diese Richtung Morgenseiten, Dankbarkeit, wie schreibt man vielleicht auch einfach Dinge mal so ein bisschen nieder. Ich bin ja auch ein Freund des Bullet Journals, zumindest was so schöne Dinge betrifft, die man sich eben festhält, die man aufschreibt. Und ich habe es ja schon mit Morgenseiten probiert, das war nicht ganz so meins. Ich weiß aber, dass das vielen sehr gut tut und es da ja wirklich auch so eine Gemeinschaft gibt, die das ja regelmäßig macht. Auch eine liebe Freundin von mir ist da großer Fan von und erzählt mir immer, wie positiv das ihr Leben auch bereichert. Und ich dachte, das bekommt man hier. Nein, das bekommt man nicht. Eigentlich bekommt man die Geschichte von Hanna Bulting, die erzählt, wie sie zum Schreiben kam, als Kind, als Jugendliche, ihre ersten Kurzgeschichten, erste Gedichte, ersten Tagebücher, was sie da so ein bisschen draus macht, wie sie zum Schreiben kam, dass sie Schreibkurse in einer gewissen Art auch gibt und Ratgeber im Grunde schreibt. Und sie erzählt uns eigentlich ihren Werdegang und gibt uns aber keine Impulse so richtig, ja hilft das irgendwie? Ja, so ein bisschen. Gibt uns aber keine Impulse in diese Richtung. Vielleicht sollte ich den Rollo runter machen. Nein, ich glaube, ihr werdet das bestimmt ertragen mit der Sonne im Gesicht. Und das fand ich wahnsinnig schade. Also für mich wirklich ein nicht so gutes Buch. Es war so eher okay. Es hatte auch noch so den ein oder anderen sehr christlich-religiösen Zug, was auch so das Thema Beten und Gott angeht. Och, und das habe ich einfach überhaupt nicht von diesem Buch erwartet. Dafür kann jetzt natürlich das Buch nicht und auch nicht die Autorin. Aber ich, also spätestens, als sie dann Gott mit einem Gendersternchen geschrieben hat, puh, habe ich gedacht, wie weit geht meine Toleranz und mein Kampf für eine Gleichberechtigung auf dieser Welt. Es war manchmal ein bisschen schwierig. Also es, ja, war nicht so richtig mein Buch und wer hier schreibt Impulse, schreibt Tipps irgendwie gesucht hat, der hat die definitiv nicht gefunden. Dann kam es leider zu einem Abbruch und ich war, ach ja, also irgendwie dachte ich, das ist gar nicht mich so überrascht, aber ich fand es trotzdem schade und zwar das neue Buch von Holly Black und zwar Book of Night. Ich habe ja auch letztens ein Buch von Holly Black gelesen, was ich auch abgebrochen habe und ich werde einfach mit Holly Black nicht warm. Ich konnte der Story kaum irgendwie so richtig folgen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo bin ich und wo gehe ich hin? Wir haben zwar eine Fantasy-Welt, aber ich komme mit dem Schreibstil von Holly Black einfach nicht klar. Ich habe das Buch gefühlt auch schon wieder komplett verdrängt. Ich habe mich wirklich, ja, ich habe mich nicht wiedergefunden. Ich fand, ich finde, vielleicht liegt es auch an der Übersetzung, das will ich gar nicht irgendwie, ja, ich komme nicht zurecht. Ich kam nicht in die Geschichte rein, ich habe keinen Zugang zu den Charakteren gefunden und ich, 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 ja, ich habe nach 80 Seiten, ich weiß gar nicht, ob das 20% waren, habe ich es abgebrochen und dachte, gut, Holly Black und ich, das wird wohl einfach nichts und, ja, ich glaube, mehr fällt mir auch gar nicht ein. Ich glaube, mehr muss man zu einem Abbruchbuch auch gar nicht sagen. Weiter ging es dann mit Die Katzen von Shin Yuku von Durian Sukegawa, ein japanisches Buch, was ich, ja, auch als E-Book, als Rezensionsexemplar bekommen habe und ich bin ja sehr gerne in der japanischen Literatur unterwegs und habe mich hier auf eine Katzengeschichte gefreut. Es ist leider keine Katzengeschichte, ich finde schon, dass der Titel und das Cover, was ja wirklich wunderschön ist, schon etwas anderes auch erwarten lässt. Nichtsdestotrotz hat mir die Geschichte rund um die Katzen von Shin Yuku doch sehr gefallen, auch wenn es schon eher eine tragische Lebensgeschichte ist von zwei Charakteren, die sich, ja, die mit ihren Leben nicht ganz zufrieden sind, wo einiges nicht so richtig rund läuft, wo Probleme sind und wir gerade hier auch einen jungen Mann haben, der, ja, nicht so richtig weiß mit seinem Leben, wo geht das hin, wofür das alles, ja, wofür macht er das alles und die sich im Grunde finden, sich anfreunden und dann aber doch wieder Dinge passieren, die das Leben eben nicht zu einem Happy End bringen und auch eben aufzeigen, dass das Leben nicht immer schön und einfach ist. Es war relativ harte Kost, dadurch, dass japanische Literatur und das gilt auch für dieses Buch oft doch sehr distanziert ist, hat es sich relativ unemotional lesen lassen und eigentlich würde ich sagen, ist das ein Kritikpunkt, mir hat das hier aber wirklich gut gefallen, so diesen Blick von außen, dieser andere Blickwinkel, der einem gegeben wurde, dass man eben nicht mitten in diesen Problemen steckt, sondern mal so einen Blick einfach anders bekommt. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen von Durian Tsukigawa. Zudem mochte ich eben auch diese Spielidee super gerne, dass wir hier in dieser Bar sitzen und es gibt eben diese Katzen, die eben rumstreunern und dann wird da gewettet, welche Katze kommt als nächstes und ich mochte dieses Trüppchen in dieser Kneipe super gerne. Ich mochte, wie uns Durian Tsukigawa eben auch die Geschichte erzählt, von was es bedeutet, sich Quizfragen für eine Show ausdenken zu müssen und weil das unser Protagonist eben auch macht, der arbeitet eben für Shows, für einen Agenten für Shows, sagen wir es mal so und ich fand das, das war manchmal so banal, trotzdem wunderbar erzählt und so von außen geguckt und ich fand das irgendwie gut. Mir gefällt das in der japanischen Literatur ja sowieso sehr gerne, dass wir nicht ganz so emotional unterwegs sind und das hat mir auch hier gefallen und auch die Bedeutung dann der Katzen, aber ich fand halt schon, dass ich mir was ganz anderes unter Titel, Cover und Klappentext vorgestellt habe und das wäre so ein bisschen der Kritikpunkt, weil ich schon mehr Katzen erwartet hätte, die dann doch eher zu einer sehr kleinen Nebenfigur hier wurden, auch wenn sie für die ein oder andere Wendung schon verantwortlich sind, aber ja, es war gut, hat mir sehr gut gefallen, wer japanische Literatur sehr gerne liest, sollte hier auf jeden Fall auch mal dazu greifen. Dann habe ich auch als E-Book gelesen The Mountain is You von Brianna Wiest. Ich habe von der Autorin 101 Essays über das Leben als Hörbuch noch auf dem Sub, habe dieses Buch als Rezensionsexemplar erhalten und war hier tatsächlich doch ganz angetan von der Geschichte. oder von der Idee, sagen wir es mal so, von der Idee war ich angetan, dass man eben sagt, was blockiert man sich eben oft selbst, dass man ganz oft das eigene Problem sozusagen ist, dass man Ideen verfolgen würde, Dinge in die Tat setzen würde, wenn man nicht selbst sein eigener Korrumpeur wäre, ist das das richtige Wort, also wenn man sich selbst im Wege steht. Und dazu zähle ich definitiv nicht. Und ich habe mich schon gefragt, als dieses Buch so vier, fünf Mal in meiner Bubble irgendwo auftauchte, was will mir der Algorithmus sagen, gibt es da vielleicht doch etwas, was ich bei mir selbst mir anschauen müsste. Und ich habe aber recht schnell in dem Buch gemerkt, nein, ich bin damit definitiv nicht gemeint, ich stehe mir sehr selten selbst im Weg und eher sind meine Träume einfach zu groß und zu weit und zu langfristig, als dass man sie immer so direkt in die Tat umsetzen könnte. Ich mochte die Ansätze von Brianna West ganz gerne, ich mochte aber nicht, wie das Buch aufgebaut ist. Ich fand, es war manchmal wirklich so, dass es einen Tipp gab, dann war eine Seite kurz was beschrieben und dann sind wir weitergegangen. Die Tipps haben sich auch irgendwie wiederholt, es war wenig Neues, es gab so den einen oder anderen Impuls, aber die Beispiele waren einfach nicht herausgearbeitet, sodass man wirklich sehr speziell in so ein Thema gegangen ist und da dann gar nicht irgendwie greifen konnte, was eigentlich das Problem ist, wo diese Selbstsabotage anfängt. Und ja, ich habe dann zeitweise auch mal so ein bisschen einfach nur grob drüber gelesen, habe mir nur die Dinge durchgelesen, die so von der Überschrift spannend waren. Es war eher enttäuschend, weil ich doch ein bisschen was anderes gesucht habe. Ich dachte, auch wenn ich nicht zur Selbstsabotage neige, hilft es vielleicht auch für die Zukunft gar nicht in diesen Strudel zu kommen. Ach, ich weiß nicht. Also dieses Buch war leider nicht so für mich. Das spricht jetzt auch so ein bisschen gegen ihr anderes Buch mit den 101 Essays, obwohl, falls es vom Thema doch ein bisschen anders, da muss ich mal gucken, ob ich noch dazu greife, zu dem E-Book, weil ich meine, auch ein Subliegtes ja, vielleicht kennt ihr das Buch ja auch dann natürlich auch sehr gerne in den Kommentaren, gerne ein bisschen schwärmen, aber ja, konnte mich leider nicht begeistern. Anders dann das nächste Hörbuch, ein kleines Stück von Afrika von Christina Rae. Das ist der Auftakt ihrer Reihe und hat den Untertitel Aufbruch. Und es wird gesprochen von Irina Scholz und ihre Stimme fand ich okay. Sie wirkte manchmal sehr hektisch. Und das, obwohl ich hier gar keine, also ich hatte, ich höre Hörbücher immer ein bisschen schneller, aber hatte hier eine normale Geschwindigkeit und trotzdem wirkte sie immer sehr schnell so zum Punkt kommend. Aber alles in allem war es durchaus auch sehr gerne zum Hören und war für mich auch ein Highlight. Nicht nur, weil ich den Kopfhörer rechts hatte und das mehr links, sondern weil mir diese Geschichte, die in Kenia spielt, wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Wir sind 1910 und treffen auf Ivory. Sie ist ein junges Mädchen, das zusammen mit ihrem Vater auf die Safari nach Kenia reist, obwohl jetzt eigentlich so Debutantinnenzeit wäre. Auch ihre Schwester möchte debutieren. Die ist ein bisschen älter und bleibt so eben mit der Mutter dann zurück in England. Und Ivory möchte aber Kenia kennenlernen, möchte Tiere sehen, die Natur sehen. Sie kann auch sehr gut schießen, wenn sie das auch sehr ungern auf Tiere macht, denn sie möchte eben die Tiere ansehen und sie nicht erschießen und sie möchte sie schon gar nicht wie andere ja als Trophäe an der Wand haben. Sie trifft dort auf Adrian, der ist Großwildjäger und bietet eben diese Jagdsafaris an und der kann sie aber doch recht schnell so ein bisschen von seiner neuen Idee, was man aus dieser Lodge machen kann, überzeugen und ja, sie verlieben sich auch ineinander und ja, er ist schon ein sehr charmanter Mann und recht schnell nach der Hochzeit wird Ivory aber klar, warum er sie eigentlich, warum er sie eingefangen hat und dass sie im Grunde auch nur eine Trophäe für ihn ist und das alles nicht so richtig in der Ehe läuft, wie sie sich das vorstellt und sie aber nach wie vor Afrika liebt, Kenia liebt, die Menschen dort wirklich ins Herz geschlossen hat, sie hier wirklich viele Dinge schön und gut findet und eben auch alles, was nach dieser, ja, Kolonialisierung kommt, und dass sie da wirklich für Gleichberechtigung kämpft und eben auch diese Trennung Schwarz und Weiß eigentlich, ja, überhaupt nicht mehr wünscht. Es bricht dann der Erste Weltkrieg aus, ich gehe daher davon aus, dass vielleicht der zweite oder dritte Teil sogar im Zweiten Weltkrieg spielt, das ist für mich immer ja so ein schwieriges Thema, aber wir erleben hier nicht allzu viel, außer dass man eben schon erlebt, was hat es für die englische Krone für Auswirkungen, was hat es für die Menschen vor Ort für Auswirkungen und auch für sie selbst, für Ivory, denn sie muss eben beginnen, neue Wege zu finden, denn, ja, wenn man im Krieg um sich herum schießt, hat man da in seiner Freizeit nicht mehr ganz so viel, ja, Spaß dran und sie ist eben eine Frau, die dann eine gewisse Zeit eben auch allein auf diesem großen Grund unterwegs ist und hier das Sagen hat und das war für die damalige Zeit bestimmt nicht einfach. Ich mag historische Geschichten ja durchweg immer mal sehr gerne, ich mag es, wenn das sehr gut recherchiert ist, wenn man Hintergründe erfährt und das, finde ich, hat hier die Autorin Christina Rae wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist in Afrika, man ist in Kenia, man riecht die Luft, man sieht die Landschaft, man sieht die Tiere und ich war auch schon in Kenia und kann auch gerade so diese Geschichten von man ist eben unterwegs im Busch wahnsinnig gut nachvollziehen und es hat mich wirklich auch so 25 Jahre zurückgebracht und als ich eben dieses Land zum ersten Mal gesehen habe und mit großen Augen als Kind mir das angesehen habe und auch viele Dinge damals gar nicht verstanden habe. Also angefangen vom Fischmarkt, wo Haie auseinandergenommen wurden oder ja, darüber ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich habe sehr viel mit ihren Augen nochmal von meinen Augen, meine Erinnerungen zusammengebracht. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, das hat die Autorin richtig toll gemacht, wie sie die Zeit eingefangen hat, die Probleme, die Darstellung auch, ja, des Konfliktes Schwarz-Weiß, aber auch Mann und Frau in der damaligen Zeit, gerade wenn man als Frau etwas unabhängiger sein möchte und mutiger ist und da einfach auch etwas verändern möchte. Ich fand das auch sehr emotional und sehr schön geschrieben und die Probleme wirklich greifbar und auch was dann die Missionierung und so anging, mir hat das wirklich wahnsinnig gut gefallen. Und der zweite Band wird Ende Juni erscheinen und wird von mir definitiv dann auch, wenn er erschienen ist, zeitnah gelesen. Für mich wirklich auch ein Highlight, ein richtig toller historischer Roman, der mir viel Spaß gemacht hat. Das nächste Hörbuch war dann leider nicht ganz so highlightig, wie ich es erwartet hatte, denn ich habe hier wieder so ein bisschen zu Gruselfantasy gegriffen von Christian Handel, habe ich das verborgene Zimmer von Thornhall Hill gehört, gesprochen von Marian Funk. An ihr habe ich jetzt nichts zu meckern, ich fand sie hat das sehr gut gelesen und ich habe das Buch auch mit ihrer Stimme dann auch beendet. Wir sind Ende 1890, ich weiß nicht mehr, 96, 97 und der 16-jährige Colin muss über den Sommer zu seiner Mutter reisen, die ihn als sehr junges Kind beim Vater zurückgelassen hat. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater und er muss auf Geschäftsreis und deswegen sagt er im Grunde, du musst deiner Mutter jetzt mal wieder näher kommen und verbringen den Sommer bei ihr. Er kommt nun eben auf Thornhill Hill an und es dauert nicht so richtig lange, bis er die Treppe heruntergestoßen wird und als Geist sozusagen wieder zurückkommt und mit anderen Geistern ein verborgenes Zimmer finden muss, um eben irgendwie wieder zurück in seine Welt zu kommen. Denn sonst bleibt ihm sein altes Leben verwehrt und er muss eben für immer ein Geist bleiben. Das hat sich super spannend angehört und auch von Christian Handel hat man schon einiges Positives gehört. Ich selbst habe von ihm noch nichts gelesen oder gehört. Mir ist aber Christian Handel immer mal wieder über den Weg gelaufen, sodass ich dachte, dieses Buch klingt super spannend. Das möchte ich lesen beziehungsweise hören. Christian Handel hat einen sehr lebhaften, bildhaften Schreibstil. Man konnte sich alles wunderbar vorstellen. Allerdings war es nicht sehr atmosphärisch. Mir wurde das alles sehr theoretisch erzählt. Es wurde alles schon auch erzählt, wie etwas aussieht, aber es wurde halt erzählt, wie alles aussieht und nicht wie die Stimmung ist, wie die Atmosphäre ist, wie etwas riecht, wie sich etwas anfühlt. Und das hat mir sowohl in der lebendigen Welt als auch in der toten Welt doch so ein bisschen gefehlt. Und das fand ich tatsächlich sehr schade, denn das hätte mir bei diesem Anwesen wahrscheinlich doch ein bisschen noch mehr gegeben, mir das vorzustellen und das wirklich, also so auch ein bisschen, ja, diese Atmosphäre so einzuatmen und mitzubekommen. Und besonders auch in der toten Welt, wo er als Geist unterwegs ist, Colin, und da hätte ich das tatsächlich, glaube ich, um einiges schöner gefunden, wenn mich das ein bisschen atmosphärischer eingefangen hätte. Es gibt so ein bisschen eine Rätseljagd, die ich tatsächlich auch ganz schön fand, aber sie hat mich doch sehr oft sehr ratlos zurückgelassen, weil diese Rätsel aufgelöst werden mit Dingen, die man einfach gar nicht wissen kann, denen man gar nicht folgen kann, wo man gar keine Fährte bekommt. Und da hat bei mir so ein bisschen die Unlust dann begonnen, dann rätsel ich eben einfach nicht mehr mit und lasse mich nicht mehr drauf ein, weil ich kann am Ende eh nicht irgendwie dahin kommen. Es gibt so eine kleine Liebesgeschichte, ach, bei der ging mir alles viel zu schnell und es war auch überhaupt nicht ausgearbeitet und das hat mir tatsächlich nicht so richtig gut gefallen. Es gab eben auch so Endungen, besonders gegen Ende, die mich so ein bisschen irritiert zurückgelassen haben. Ach, fand ich auch ein bisschen schwierig. Also schon zum einen, dass ich gar nicht mehr miträtseln wollte und konnte, weil ich eh keine heiße Spur irgendwie bekommen habe. und ja, es hätte ein bisschen mysteriöser sein können und ich habe die Geschichte im Flug nach Hause gehört und dann zu Hause beendet. Ich glaube, hätte ich das Buch gelesen, wäre ich vielleicht nicht bis zum Ende gekommen. So hörend im Flugzeug, während man einfach so ein bisschen entspannt und nach draußen guckt, war es okay. Aber ich weiß nicht, ob ich von Christian Handel nochmal was lesen werde. Aber wenn ihr da ein Highlightbuch von ihm habt, was vielleicht dem Buch jetzt nicht ganz so ähnlich kommt, was noch ein bisschen anders ist, vielleicht atmosphärischer, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne sagen. Und dann kam, ja, ein Abbruchbuch, das mir wirklich im Herzen wehtut, nämlich das 9. Haus von Leigh Bardugo. Ja, wir sprechen von Leigh Bardugo, die mich mit der Krischer-Welt total in den Bann gezogen hat. Die Krischer-Trilogie verschlungen, die Krähen-Dilogie verschlungen, die Nikolai-Dilogie, erster Band war so ein bisschen, aber zweiter Band großartig, ich die Graphic Novel zum Dunklen gefeiert habe und ich wirklich ein großer, großer Fan der Krischer-Welt bin. Und ich habe das 9. Haus gelesen und bin bis knapp Seite 150 gekommen und dachte, nein, nein, nein. Ja, es ist jetzt ja auch im Januar der zweite Teil erschienen, das war für mich der Anlass, jetzt den ersten Teil endlich zu lesen, er war doch schon ein Weilchen auf dem Supp und wir haben hier eben Charaktere, die in Yale sind, die dort eben auch in so Wohngemeinschaften sind, wo eben auch Magie herrscht und das auch tatsächlich ganz normal ist und ich habe mich gefragt, was lese ich hier? Also es ist ganz anders wie alles, was wir aus Krischer kennen, es war vom Stil anders, als wir Leibadugo kennen und es ist natürlich schon Urban Fantasy mit ein bisschen merkwürdigen Charakteren oder so schrulligen Charakteren, das fand ich tatsächlich noch ganz schön, aber es ist für mich überhaupt keine Spannung aufgekommen, ich fand es wahnsinnig langweilig und habe mich die ganze Zeit gefragt, was lese ich hier? Was bedeutet das? Wo geht das hin? Und ich fand es einfach nur langweilig und nach 150 Seiten dachte ich, ja, ich glaube, ich habe es einfach nicht verstanden. Vielleicht war ich zu Urlaubs entspannt, ich bin nicht reingekommen. Also wirklich schade, weil es mir gerade bei Leibadugo wahnsinnig leid tut, weil sie für mich schon eine Autorin mit der Krischer-Welt ist, die mich wirklich sehr begeistert und ja hat, aber das ging einfach nicht. Ja, dann war die Arbeit wieder angebrochen und ich habe mal wieder zu einem Hörbuch gegriffen, nämlich die Vorhersage von Niki Ehrlich und hier habe ich mich für das Hörbuch entschieden, weil es gesprochen wird von Vanida Karun und die gehört definitiv zu meinen liebsten Sprecherinnen, die ich immer gerne höre, die man sonst schon eher wahrscheinlich auch aus Wohlfühlgeschichten kennt und ja, die hat mir definitiv ja die Entscheidung abgenommen, ob ich es hören oder lesen möchte. Es geht hier darum, dass eine schönes Morgens, ich glaube, so beginnt gefühlt die Geschichte wirklich, finden alle Menschen, die volljährig sind, auf der Welt eine Holzbox vor ihrer Tür und darin befindet sich der Lebensfaden und der ist entweder kurz oder lang, je nachdem, wie lange man eben noch zu leben hat und der sagt einem eben auch so ganz grob, ja, wie lange man noch zu leben hat und wann man sterben wird. Es finden nur Volljährige diese Box und auch nur die können am Lebensfaden dann erkennen, wie lange sie noch zu leben haben. Wir haben hier fünf oder sechs unterschiedliche Perspektiven, die alle mit dieser Box konfrontiert werden, die uns alle in ihr Leben auch mitnehmen und uns dann eben auch so in das Geheimnis des Lebens mitnehmen und einweihen. Natürlich ist das eine Geschichte, die die Frage stellt, was ist der Sinn des Lebens, was mache ich noch mit meinem Leben, wenn ich weiß, wie lange ich Zeit habe, was würde ich anders machen, wenn ich es wüsste, würde ich etwas anders machen, wie würde ich die letzten Tage verbringen und natürlich wird diese Frage nach dem Sinn des Lebens nie langweilig. Aber es sind hier natürlich schon die Fragen, die sich dann in mir immer wieder stellen, möchte ich das eigentlich wissen, möchte ich wissen, wann ich sterbe, wann andere sterben, würde ich mit der Zeit etwas anderes machen, wenn ich wüsste, ich hätte nur noch fünf Jahre, ja, wie gehe ich mit Menschen um, die mir vielleicht erzählen, sie haben nur noch fünf Jahre, ja, ist glaube ich eine Frage, die gar nicht so einfach ist. Wir haben hier allerdings nicht so wirklich einen philosophischen Ansatz, sondern eher einen sehr klischee-mäßigen Ansatz, der mir einfach nicht so gefallen hat. Es gibt sehr viel Schubladendenken und wir erfahren auch über, ja, eine beziehungsweise zwei Perspektiven, was es eben bedeutet, wenn man diskriminiert wird und wenn man ständig vor Urteilen ausgesetzt ist und wenn die übereinschweben. Und das sind natürlich schon Themen, die irgendwie hier reingehören, weil natürlich jeder mit seiner Lebensgeschichte auch anders mit der großen Lebensfrage umgeht. Die einzelnen Handlungen und auch der rote Faden konnten mich aber nicht so richtig packen. Es war auch sehr vieles überhaupt nicht überraschend. Das fand ich tatsächlich auch mega schade, dass es schon ja nur sehr geringe Höhen und Tiefen gab, dass es manchmal sehr kühl war, wenig Emotionen gezeigt hat und auch die Erzählweise. Ich fand es irgendwie nicht passend. Ich fand es nicht rund, denn auch die Charaktere waren sehr gleich und sehr einfach banal gezeichnet. So sind wir Menschen halt nicht. Und wenn ich eine Geschichte in fünf, sechs Perspektiven erzähle, dann suche ich mir doch Charaktere aus und Menschengeschichten aus, die sich unterscheiden und nicht die irgendwie alle sehr ähnlich sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass sich die Lebensgeschichten von Menschen oftmals sehr ähneln, aber dann muss ich keine fünf oder sechs Perspektiven draus machen. Zudem kam mir dann das eigentliche Ende des Buches viel zu schnell, viel zu plötzlich und es war mir auch viel zu einfach. Also es war leider nicht so meine Geschichte. Es war okay. Auch hier ein Buch und das ist immer so schade, wenn ich das sage, was ich glaube als Buch vielleicht lesend nicht beendet hätte, als Hörbuch mich aber dann doch so weit unterhalten hat, in Zeiten, wo ich eben auch was anderes nebenbei tue, dass ich es beendet habe. Und beim letzten Buch kommen wir dann wieder zu einem Highlight Buch, denn die liebe Jackie Fellgut hat endlich, endlich nach drei Jahren ihr neues Buch herausgebracht, nämlich Lost Love, das Geheimnis von Dalton's Creek und ja, Jackie ist ihres Zeichens ja, Self-Publisherin bekannt geworden, ist sie glaube ich in dem Jahr, wo sie wirklich zwölf Bücher in zwölf Monaten geschrieben hat. Da bin ich auch auf sie aufmerksam geworden und habe seitdem alle Bücher von ihr gelesen, zum Teil auch Test gelesen und ich war super happy, als sie mir hier schon, ich glaube im Oktober, November erzählt hat, dass endlich ihr neues Buch dann herauskommen wird. Es war ein wenig anders, denn wir haben hier eben nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern auch so ein bisschen, ja, Krimi ist fast zu viel gesagt, aber wir haben hier eben auch ja, die Rätselsuche nach dem unbekannten Mann, der ohne Gedächtnis nackt auf der Terrasse auftaucht bei Annie und ja, sie uns im Grunde so ein bisschen ihre Geschichte erzählt, warum sie allein in dieser Ranch wohnt, wie es dazu kommt, dass sich die ganze Stadt gegen sie irgendwie verbündet hat, was es mit den Dortenbrüdern auf sich hat, warum die ihr das Leben so schwer machen und warum sie sich eigentlich ja, nur so ein bisschen von Nebenbei-Jobs irgendwie durchs Leben bringt und ja, natürlich haben wir hier den unbekannten Mann, der von ihr Unterstützung erhält, den wir dann auch einfach mal der einfach halber John nennen und ja, mit dem sie im Grunde so ein bisschen beginnt, eben ja, seine Geschichte zu hinterfragen und zu erforschen und als dann eben auch noch fremde, merkwürdig aussehende Gangster erscheinen, muss sich natürlich die Frage gestellt werden, hängt das irgendwie mit John zusammen und natürlich bahnt sich auch zwischen den beiden eine kleine Liebesgeschichte an, es wäre nicht Jackie Felguts neuer Roman, wenn nicht die Liebe auch eine Rolle spielt und mir hat die Geschichte wahnsinnig gut gefallen, also es ist ein wunderbares Tempo, wir sind hier in Texas unterwegs, es wird wunderbarst erzählt, wie die Ranch aussieht, wie die Umgebung ist, es ist sehr bildhaft, es ist sehr naturnah und auch naturverliebt und ich finde, dass man das wirklich wunderbar gezeichnet bekommen hat von Jackie und es hier wirklich viel Spaß gemacht hat, in diese Geschichte einzutauchen. Ich mochte die Schnelligkeit der Geschichte, denn es wurde nie langweilig, wir sind an den richtigen Stellen auch ein bisschen verweilt, um das Städtchen kennenzulernen, um Nebencharaktere greifen zu können, damit die uns auch so ein bisschen ans Herz wachsen und das ist richtig gut gelungen, also ich mochte auch die Nebencharaktere richtig, richtig gerne und hatte hier wirklich großen Spaß mit den Charakteren und mit diesem Städtchen. Natürlich die Dorton-Brüder jetzt mal ausgeschlossen, aber gerade die beiden Hauptcharaktere, die fand ich wirklich auch richtig, richtig toll. Wir haben hier so ein bisschen so einen Krimi-Einschub, in dem wir eben danach nach der Vergangenheit suchen von John, wie kam er hierher, wer ist er, das hat so ein bisschen an Bourne-Identität erinnert, war aber natürlich nicht so actiongeladen, wie wir es hier kennen, aber ich fand das ganz schön, wie so die Ansätze gezeigt wurden, wie manche Erinnerungen wiedergekommen sind, wie die verarbeitet wurden, wie realistisch sich das tatsächlich auch angefühlt hat und das hat mir großen Spaß gemacht. Dann haben wir natürlich so ein bisschen die Flirterei, die charmanten Annäherungsversuche und das hat mir auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Hätte für mich sogar eine Spur mehr sein können und hätte für mich auch gerne ein bisschen kitschiger sein können und das sage jetzt tatsächlich ich, aber nein, es war wirklich eine wunderbare Liebesgeschichte, die für mich alles hatte, die Texas hatte, die tolle Charaktere hatte, die lebendige Dialoge geführt hat, die sich nicht holprig oder irgendwie angefühlt hat, sondern wirklich so, als hätte das sein können, als würden sich hier Menschen unterhalten. Wir haben diese Städtchen, das dann ja doch sich auch nochmal von der anderen Seite zeigt und ich liebe auch dieses Cover. Wir sprechen selten über Cover, aber jetzt in diesem Video schon zum zweiten oder dritten Mal dieses Cover finde ich richtig gelungen, da hat Jackie wieder eine tolle Auswahl bewiesen und das hat mir großen Spaß gemacht. Zudem haben wir auch eine Musikplaylist mit wunderbarer Countrymusik im Innern und es gibt auch ein Bonuskapitel, da bekommt man einen Code am Ende des Buches und wer den Newsletter abonniert hat, hat auch noch so eine Art Prolog bekommen, der mir auch wahnsinnig gut gefallen hat und ich hatte einfach Spaß mit dieser Geschichte und sie hat für mich perfekt den Januar abgeschlossen und den Monat sozusagen rund enden lassen und ja, also doch einiges an Highlight-Geschichten, wunderbare Geschichten, die mich begleitet haben durch den ersten Monat des Jahres, durch meinen besonderen Urlaub und ich hier wirklich großen Spaß hatte, diese Geschichten im Grunde zu lesen, abzutauchen und in diese Welten versinken zu können und ja, 17 Bücher finde ich richtig toll, so wird es im weiteren Jahr wahrscheinlich nicht vor sich gehen, das ist wirklich eher so, wenn man im Urlaub ist und auch wirklich einfach auf so einer Insel ist, wo man nicht viel zu tun hat, außer zu schnorcheln und zu lesen und die Wellen, beim Wellen so zu sehen, ist das natürlich schon für mich auch eine große Zahl, die wahrscheinlich wirklich nur so in Urlaubsmonaten annähernd irgendwie in diese Richtung geht, außer man würde viele kurze Bücher lesen, das ist vielleicht auch mal noch im Vorsatz, dass man einfach wirklich so Bücher zwischen 100 und 200 Seiten liest, da kommt man vielleicht tatsächlich auch noch mal in diese Richtung. Aber ich bin stolz drauf, ich hatte viel Spaß mit den Geschichten und fand es tatsächlich schade, dass zwei Abbruchbücher dabei waren und auch so ein bisschen ein floppiges Buch, aber das kann man eben manchmal einfach nicht vermeiden. Jetzt bin ich sehr gespannt, welches Buch bei euch im Januar ein Highlightbuch war, welches Buch ihr gefeiert habt, welches Buch ihr vielleicht auch abgebrochen habt, lasst uns da gerne in den Kommentaren drüber sprechen, ob ihr das ein oder andere Buch, was ich jetzt im Januar gelesen habe, vielleicht auch schon kennt und auch gelesen habt, dann lasst uns auch gerne darüber austauschen und ja, genug gequatscht, ich sehe fast eine Stunde auf der Uhr, ich glaube, das reicht für den Büchermonat und ich hoffe, ihr hattet auch mit dem Büchermonat euren Spaß und vermisst die Bücherwoche nicht zu sehr. Ich danke euch auf jeden Fall jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.